willkommen zurück bei city skylines unsere stadt wächst und gedeiht nach wie vor hier herrscht noch so leichter zu strommangel an einfach leuten die hier was kaufen können obwohl das kleine geschäft hier daneben nicht genügend kunden aber die dürfen jetzt wieder rankommen denn in der letzten folge haben wir eine schöne bahnlinie gebaut meine maus die spinnt gerade kleinen moment so jetzt ok müsste wieder passen kann es sein dass wenn ich das spiel grad geladen habe so wie jetzt in dem fall das dann immer erst mal kurz null da steht bei den ganzen sachen obwohl hier nicht 1321 hier in der u-bahnstation alter was ist los so wartet mal wir müssten mal da hinten fehlen noch ein paar ja das ist weiß ich hier oben das müsste ausgewiesen sein das gebiet genau ich muss nur noch mal einen kleinen überblick holen davon auch einige mit was ist hier los gebäude leert sich ok soweit ok ist das hier hinten müllproblem oder leert sich hier was das gebäude der friedhof der leert sich hier drüben wird wieder schön die brückenanlage mitgenommen durch die beiden kreuzfahrtschiffe passt schon aber genau das fällt mir jetzt ein das hätte eigentlich das egal wollte ich eigentlich in der letzten folge noch machen schade da haben wir jetzt nicht so eine brücken pfeiler dabei ich müsste es bestimmt noch mal komplett neu machen die brücke stört mich jetzt ein kleines bisschen dass wir das hier nicht hinkriegen vielleicht können wir das hier ganz schnell entleeren dann kann ich das mal woanders hinpacken hier unten Informatik Moment. Wieso klappt das nicht? Achso, das macht den kleinen Knick. So, 1% muss nur noch weggebracht werden. Das dürfte schnell gehen. Es gibt ja genügend Ausweichmüllhalten hier in der Nähe. Na, es könnte sein, dass sich die Einwohner gerade wieder ein bisschen erholen. Das hatten wir ja schon mal, dass so 4.000 ungefähr weniger geworden sind. Jetzt sind wir gerade bei 80,7 ungefähr. Ich glaube, das Niveau halten wir gerade und es müsste gleich wieder bergauf gehen. Na komm, den 1%-Punkt noch. Na komm, ich habe heute noch was anderes vor. Wir behalten es mal im Blick. Hier oben müssen wir irgendwo Müllhalden bauen. Ich werde wahrscheinlich hier hinter der Bahnlinie einfach irgendwo was machen. Oder? Ja, doch. Das ist immer noch 1%. Ich lasse das Fenster mit Absicht da oben, damit ich das sehe, wann das leer ist. Oh ja, stimmt. Können wir nach dem Stromverbrauch gucken, wie das da aussieht. So, wunderbar. Oh, die Polarlichter scheinen wieder. So, hier fehlen auch noch ein paar Einwohner. Und Gewerbegebiet fehlt wohl anscheinend auch, aber bevor wir das jetzt mit der Müllhalde oder mit der neuen Mülldeponie machen, machen wir da noch mal eine Autobahnverbindung rüber. Einmal hier quer durch. Die dann da hinten wieder andockt. Puh, wie machen wir das jetzt? Ich würde hier oben, oder? Hier einfach nochmal so ein Abfahrtsystem bauen. Halt. Oh, das wird aber knapp. Da muss ich jetzt mal, da müssen wir mal probieren. Da muss ich erst mal Pause machen. Gefälle zu steil? Echt? Hier unten würde sie gerade noch gehen. Da drüben nicht, ne? Ah, ich kann das auch drehen, wenn das da angedockt ist. Aha. Also so ein bisschen. So, das machen wir natürlich schick. So. So, dann kann der Verkehr weitergehen. Und dann. Ich möchte hier eigentlich schon relativ nah hier dran vorbeiführen. Also nicht so ewig weit weg. Hohoho. Ach herrje. Ich würde sogar relativ gerade werden. Naja, oder auch nicht. Ich baue die erst mal bis hier hin. So ein bisschen platzen in der Mitte lassen, damit wir da dann wieder Pfeiler bauen können, eventuell. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ah, so geht's. Einwohner steigen wieder. Über 81.000 derzeit. Wunderbar. Ich baue da direkt mal zwei Auffahrten. Eine hier und eine hier drüben. Beziehungsweise zwei Auf- und Abfahrten. Das heißt, man besser funktioniert mit dem Tool. Das ist egal. Das ist egal. Okay, wunderbar. Ich wollte nicht unbedingt jetzt da was an der Stromversorgung ändern. Okay, um. Ah ja. So, sehr schön. Ja, da wird auch schon fleißig gefahren. Wunderbar. Und wir könnten ja dann die Autobahn aufteilen, dass die einmal hier schräg nach links oben geht und so schräg hier rechts, da am Industriegebiet auch nochmal vorbei. Das wäre echt optimal. Das machen wir auch. Aber genau, erstmal hier Müllentsorgung. Das wollte ich ja unbedingt. Das ist zwar nicht so geil. Ach, schade. Jetzt kriege ich die hier nicht hin. Das ist ja alleine. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dafür hier zwei, vielleicht können wir ja, was denn hier unten, achso das ist der Bahnhof. Okay, dann haben wir da wenigstens zwei Müll halten und eventuell hier drüben nochmal. So, hier kann ich es ein bisschen weiter weg bauen. Ja, Spitze, hier reicht das, sehr gut. Oh, hier ist schon alles voll gebaut. Aber was fehlt, wieder Spielplätze. Und noch mehr Wohngebäude. So, halt. Die Reiche unten kommt auch noch mit. Okay, Polizei. Oh ja, Feuerwehr. Gesundheit ist eigentlich noch okay. So. Tja, wir machen was mit dem Industriegebiet. Quatsch mit dem Gewerbegebiet. Das meinte ich nicht, das Industriegebiet. Hm. Würde fast hier drüben nochmal irgendwo Gewerbe hinbauen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Wegen dem Straßenbahnnetz. Wegen dem U-Bahnnetz. Sorry. Ich will nämlich die nicht noch weiter erweitern, die wir hier schon haben. Also sprich wieder, wie wir es hier oben gemacht haben. Da fand ich es noch okay. Ist zwar auch schon sehr groß, die beiden Linien, aber das scheint gut zu funktionieren. Trotz allem. 10 und 11. Oh ja. Sehr gut. Was haben wir denn hier für Ressourcen? Hier drüben hätten wir Öl. Da könnten wir irgendwann mal so ein bisschen Ölindustrie hinbauen. Ja, da würde ich echt sagen, dass wir hier das Gewerbegebiet reinzimmern. Ich glaube, ich nehme die hier erstmal weg. Und die auch. Ja, die können wir nachher wieder nehmen. Das passt. So. Watt. Ich würde es trotzdem so ein bisschen schräg handhaben. Mal schauen, wie das aussieht. Mal schauen, wie das aussieht. So. So. Haut nicht ganz hin, ne? Na da, was geht auf. Jawohl. Okay. Auf, gut. Jetzt ist es nochmal hin. Kanauala. قد, какие 3 Jahre. Sedang. slack, kannst du. Los. Weçãooila. 福inos. Wir Idgen. We Tara. Ein König. schema. De freshmen. Eine. ifications. Das ist ja der Tunneleingang, hier, kommt nochmal hier hoch, so wunderbar, ja und dann hier oben natürlich auch wieder Autobahneinbindung, dann würde ich die hier einfach hier rüberziehen und da hinten hin und das machen wir dann aber in der nächsten Folge, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen, Einwohner sind wieder deutlich mehr geworden, 86.000 und wir schauen nochmal ganz kurz, was macht der Tourismus? Knapp 500, ok, funktioniert noch, schönen Dank, bis zum nächsten Mal und haut rein, ciao.